Nur ein Ballon pro Person. Nur einen pro Person? Ich verstehe. Dann hätte ich gern den Roten. Ich hab gerade Rot für meine jüngere Schwester genommen, also... nehm ich jetzt Blau für meinen Bruder. Du bist aber ein Liebesbrüderchen. Ich hätte gern einen Ballon. Einen Pinken für meine Mutter. Ich hätte gern einen deiner Ballon. Ich nehm ein Hellblau für meinen Vater. Wieso sind seine Eltern eigentlich nicht bei ihm? Da ist er ja. Und wieder ganz allein. Und er hat alle Ballons für sich behalten. Könnte es sein, dass er mich angelogen hat? Dieser Kleine. Wie lange halten Ballons eigentlich? Ich hoffe, dass sie noch ganz, ganz lange halten.